Also ich versuche mich ganz oft dann einfach an schöne Urlaubserlebnisse zu erinnern. Also am besten irgendwo was mit Bergen. Ich gehe gerne Skifahrer, Schweiz. Ich denke dann irgendwie an das letzte Panorama aus dem letzten Skiurlaub. Was auf jeden Fall super entspannt für mich ist, ist Wald. Waldfertig. Viel Grün, den grünen Deckel obendrauf, die Geräuschkulisse, das funktioniert. Und dann brauche ich auch nicht liegen oder so, sondern das entspannt automatisch, ich glaube das geht vielen Leuten so, ja. Das Wasser, das fliesst, also ein Bach, ein Fluss, das beruhigt mich sehr. Also die Bilder kann ich auch nach vorne holen oder der Wald, das ist der Teil, den ich habe. Wo ich mich mit dem Tal entspannen kann. Ich denke mir ein Ort in den Bergen vor, am besten an einem See, wo ich reinlaufen kann und einfach meine Gedanken frei laufen lassen und einfach ein bisschen entspannen. Ich denke an den Skifahrer, wenn ich den Skifahrer mache, ich bin aus der Haute-Savoie und ich liebe den Skifahrer. Das ist der beste Moment für mich, das ist die Neige, die Poudreuse. Das ist der beste Moment für mich.